Hallo Leute, heute kommt das Video zu den Bildern von Bad Oeynhausen. Das haben sich ja jetzt doch ziemlich viele gewünscht. Und wie gesagt, hatet mich nicht. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Das Bild mit der Katze, das ist Cassie, die war mal bei mir, die ist jetzt aber bei meiner Mutti. Das war, als ich auf dem Realitätswochenende war. Und zwar gibt es da die Möglichkeit, wenn man in Bad Oeynhausen ist, für ein paar Tage nach Hause zu fahren und halt auszutesten, ob das jetzt schon alles funktioniert mit dem Essen und so weiter. Und ja, was kann ich noch sagen? Ich hoffe, ich kriege das Lied diesmal eingeblendet, was wir zusammen beim Plenum gesungen haben. Und ich wollte mich nochmal korrigieren. Es sind irgendwie nur, ich glaube, 92 Plätze in Bad Oeynhausen, habe ich jetzt gelesen. Oder 90, ich weiß es nicht. Also ich habe ja irgendwie was mit 130 gesagt. Ja, ich glaube, das war es soweit. Ja, ich hoffe, es gefällt euch und viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.